Willkommen Leute zu dieser Nicht-Lachen-Change! Ähm, EXTREME! Mit mir ist der Monster. Leider heute kein dabei, sonst würde ich halt, dass noch jemand dabei ist müssen. Linkstyle ist auch genannt Linky. Ich werde übrigens auch Moni genannt. M-O-N-N-I. Ähm, ja. Dann machen wir doch mal los! Lasst einen Kommentar da! Ein Like! Und auch ein Abo! Und bitte sagt jetzt nicht, uh, das ist so scheiße! Sondern schreibt in die Kommentare, was ich besser machen könnte. Und nicht einfach, ähm, einen Daumen runter. Und ich weiß nicht, was ab ist. Ab, ab, ab ist. Ja, wer kennt's nicht, was ab ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht so lange labern. Und los geht's! Oh Mann! Ey, komm, ich hab fünf Leben übrig. So, und eins davon ist jetzt weg. Okay. Ich liebe Tiere. Okay, das ist ja schon lustig. Okay, das müssen wir uns nochmal angucken. Was? War der kurz? Ähm, ne. Und, klein Enti und klein. Willi Enti. Willi Enti und Leib. Warte, 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 warte... Er ist echt aus dem Weg. Ich hab, glaub ich, nur drei Leben. Und, das war kein Silbenverweihker. Das ist echt aus dem Weg. Ich hab, glaub ich, nur... Drei Leben. Okay. Okay. Ich hab, glaub ich, nur... Oh Gott. Okay. Ja, wo ist es denn? Ja, tschüss. Ja, wo ist es denn? Du hast es denn? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ja. Ähm, ich habe ganz vergessen, dass es bei einem Nichtlachen viel Interesse hat, deshalb möchte ich dazu sagen, ich habe nur zwei Leben. Was ging da denn bitte ab? Und was war denn da falsch? Ich habe nur noch einen Linken, nur noch ein Leben, Mann, bin ich bescheuert. Okay, was ist daran jetzt? Ja, das war es denn. Wie ist es denn? 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 Die Katze hält die Leine fest. Also, ich habe es schon wieder gedacht. Ich hab kein Leben mehr, aber trotzdem gucken wir uns das hier jetzt noch ein bisschen an, würde ich sagen. Hier ein übergroßer Wischmopp. Das ist ein Hund! Das ist ein Hund! Was war da drin jetzt? Das ist ein Hund! Das ist ein Hund! Das ist ein Hund! Ich will den Stuck! Ja, ich will den Stuck! Ja, ich will den Stuck! Das ist ein Hund! Das ist ein Hund! Das ist ein Hund! Okay, und damit verabschiede ich mich, meine kleinen Geisterlein. Schreibt es unten in die Kommentare, wie es euch gefällt und so weiter und so fort. Ich sage nicht als Begrüßung, muss ich dazu noch mal sagen. Moin und herzlich willkommen, sondern moin meine kleinen Geisterlein. Weil ich heiße eben, das ist ein Monster. So. Ich habe jetzt gerade damit 10 Sekunden euer Lebenszeit verschwendet, aber egal. Tschüss. Bye-bye, meine kleinen Geisterlein.